So, und jetzt, so, jetzt sieht man schon, du kannst natürlich auch, komm doch einfach mal mit her, für die, unsere Vize-Weltmeisterin, haben wir natürlich, haben wir natürlich auch noch einen super Preis. Und zwar, du hast ja vorhin die Dienstpackung zum Essen zum Verspeisen, ganz, ganz spannend. Ich würde sagen, einen ganz, ganz großen Applaus von uns allen nochmal, wenn man so eine tolle Jugendarbeit hat, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, dass es die Hälfte-WM irgendwann immer gibt, denn auch unsere Kids werden irgendwann mal erwachsen und machen dann, ja, wahrscheinlich den derzeitigen großen Sportlern auch große Konkurrenz. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.